Und wisset, was immer ihr im Kriege gewinnen möget, es gehört ein Fünftel davon Allah und dem Gesandten und der Verwandtschaft und den Weisen und den Bedürftigen und dem Wanderer. Wenn ihr an Allah glaubt und an das, was wir niedersandten zu unserem Diener am Tage der Unterscheidung, dem Tage, an dem die beiden Heere zusammentrafen, und Allah hat Macht über alle Dinge. Als ihr auf dieser Seite des Tales waret, und sie auf jener Seite, und die Karawane war tiefer als ihr, Und hättet ihr etwas verabreden wollen, ihr wäret uneins gewesen über den Zeitpunkt. Doch das Treffen wurde herbeigeführt, damit Allah die Sache herbeiführe, die geschehen sollte, und damit, wer da bereits umgekommen war, durch ein deutliches Zeichen umkomme, und wer da bereits zum Leben gekommen war, durch ein deutliches Zeichen lebe. Wahrlich, Allah ist allhohrend, allwissend. Als Allah sie dir in deinem Traume zeigte als wenige, und hätte er sie dir als viele gezeigt, ihr wäret sicherlich kleinmütig gewesen und hättet über die Sache gehadert. Allah aber bewahrte euch davor, wahrlich, er kennt wohl, was in den Herzen ist. Und als, zur Zeit eures Treffens, er sie in euren Augen als wenige erscheinen ließ, und euch in ihren Augen als wenige erscheinen ließ, auf dass Allah die Sache herbeiführe, die geschehen sollte, und zu Allah werden alle Sachen zurückgebracht. O, die ihr glaubt, wenn ihr auf ein Heer trefft, so bleibt fest und seid Allahs eifrig eingedenk, auf das ihr Erfolg habt. Und gehorchet Allah und seinem Gesandten und hadet nicht miteinander, damit ihr nicht kleinmütig werdet und euch die Kraft nicht verlasse. Seid standhaft, wahrlich, Allah ist mit den Standhaften. Seid nicht wie jene, die prahlerisch und, um von den Leuten gesehen zu werden, aus ihren Wohnstätten auszogen und die abwendig machen von Allahs Weg. Allah umschließt alles, was sie tun. Und als Satan ihnen ihre Werke wohlgefällig erscheinen ließ und sprach, »Keiner unter den Menschen soll heute etwas wider euch vermögen, und ich bin eure Stütze.« Als dann aber die beiden Herrscharen einander ansichtig wurden, da wandte er sich rückwärts auf seinen Fersen und sprach, »Ich habe nichts mit euch zu schaffen. Ich sehe, was ihr nicht seht. Ich fürchte Allah, und Allah ist streng im Strafen.« Als die Heuchler und diejenigen, in deren Herzen Krankheit ist, sprachen, »Ihr Glaube hat diese da hochmütig gemacht. Wer aber auf Allah vertraut, siehe, Allah ist allmächtig, allweise.« Könntest du nur sehen, wie die Engel die Seelen der Ungläubigen hinwegnehmen, ihnen Gesicht und Rücken schlagen und sprechen? Kostet die Strafe des Verbrennens? Dies um dessen Willen, was eure Hände euch vorausgesandt haben, und wisset, dass Allah niemals ungerecht ist gegen die Diener. Wie die Leute voraus und die vor ihnen waren, sie glaubten nicht an die Zeichen Allahs. Darum strafte sie Allah für ihre Sünden. Wahrlich, Allah ist allmächtig, streng im Strafen. Dies, weil Allah niemals eine Gnade ändern würde, die er einem Volke gewährt hat, es sei denn, dass es seinen eigenen Seelenzustand ändere, und weil Allah allhörend, allwissend ist. Wie die Leute voraus und die vor ihnen waren, sie verwarfen die Zeichen ihres Herrn, darum tilgten wir sie aus um ihre Sünden willen, und wir ertränkten die Leute voraus, sie waren alle Fräbler. Wahrlich, die schlimmsten Tiere vor Allah sind jene, die undankbar sind, und darum wollen sie nicht glauben. Jene, mit denen du einen Bund schlossest, dann brechen sie jedes Mal ihren Bund, und sie fürchten Gott nicht. Darum, wenn du sie im Kriege anpackst, jage mit ihrem Los denen Furcht ein, die hinter ihnen sind, auf das sie ermahnt seien. Und wenn du von einem Volke Verräterei fürchtest, so verwirf den Vertrag gegenseitig. Wahrlich, Allah liebt nicht die Verräter. Lass nicht die Ungläubigen wehnen, sie hätten uns übertroffen. Wahrlich, sie können nicht obsiegen. Und rüstet wieder sie, was ihr nur vermögt, an Streitkräften und berittenen Grenzwachen, damit in Schrecken zu setzen, Allahs Feind und euren Feind und außer ihnen andere, die ihr nicht kennt. Allah kennt sie. Und was ihr auch aufwendet für Allahs Sache, es wird euch voll zurückgezahlt werden, und es soll euch kein Unrecht geschehen. Sind sie jedoch zum Frieden geneigt, so sei auch du ihm geneigt und vertraue auf Allah. Wahrlich, er ist der Allhörende, der Allwissende. Wenn sie dich aber hintergehen wollen, so ist Allah für wahr deine Genüge. Er hat dich gestärkt mit seiner Hilfe und mit den Gläubigen. Und er hat Liebe in ihre Herzen gelegt. Hättest du auch alles aufgewandt, was auf Erden ist, du hättest doch nicht Liebe in ihre Herzen zu legen vermocht. Allah aber hat Liebe in sie gelegt. Wahrlich, er ist allmächtig, allweise. O Prophet, Allah ist deine Genüge und derer unter den Gläubigen, die dir folgen. O Prophet, feure die Gläubigen zum Kampf an. Sind da auch nur zwanzig Standhafte unter euch? Sie sollen zweihundert überwinden, und sind hundert unter euch. Sie sollen tausend überwinden von denen, die ungläubig sind, weil das ein Volk ist, das nicht versteht. Jetzt aber hat Allah euch eure Bürde erleichtert. Denn er weiß, dass in euch Schwachheit ist. Wenn also unter euch hundert Standhafte sind, so sollen sie zweihundert überwinden. Und wenn tausend unter euch sind, so sollen sie zweitausend überwinden, nach Allahs Gebot, und Allah ist mit denen Standhaften. Einem Propheten geziemt es nicht, Gefangene zu machen, ehe er sich auf kriegerischen Kampf einlassen muss im Land. Ihr wollt die Güter dieser Welt, Allah habe will für euch das Jenseits. Und Allah ist allmächtig, allweise. Wäre nicht eine Verordnung von Allah schon da gewesen, so hätte euch gewiss eine schwere Drangsal betroffen, um dessen Willen, was ihr genommen. So esset von dem, was ihr im Krieg gewonnen habt, wie erlaubt und gut und fürchtet Allah. Wahrlich, Allah ist allverzeihend barmherzig. O Prophet, sprich zu den Gefangenen in euren Händen. Wenn Allah Gutes in euren Herzen erkennt, dann wird er euch Besseres geben als das, was euch genommen wurde, und wird euch vergeben. Denn Allah ist allvergebend barmherzig. Wenn sie aber Verrat an dir üben wollen, so haben sie schon zuvor an Allah Verrat geübt. Er aber gab dir Macht über sie, und Allah ist allwissend, allweise. Wahrlich, die geglaubt haben und ausgewandert sind und mit ihrem Gut und ihrem Blut gestritten haben, für Allahs Sache und jene, die ihnen Herberge und Hilfe gaben, diese sind einander freund. Die aber glaubten, jedoch nicht ausgewandert sind, so seid ihr keineswegs verantwortlich für ihren Schutz, ehe sie auswandern. Suchen sie aber eure Hilfe für den Glauben, dann ist helfen eure Pflicht, außer gegen ein Volk zwischen dem, und euch ein Bündnis besteht. Allah sieht euer Tun. Und die Ungläubigen, auch sie sind einander freund. Wenn ihr das nicht tut, wird Unheil im Lande entstehen und gewaltige Unordnung. Die nun geglaubt haben und ausgewandert sind und gestritten haben für Allahs Sache und jene, die ihnen Herberge und Hilfe gaben, diese sind in der Tat wahre Gläubige. Ihnen wird Vergebung und eine ehrenvolle Versorgung. Und die, welche hernach glauben und auswandern und streiten werden für Allahs Sache an eurer Seite, sie gehören zu euch. Und unter Blutsverwandten stehen sich die einen näher als die anderen im Buche Hallas. Wahrlich, Allah weiß alle Dinge wohl. Eine Losprechung Hallas und seines Gesandten von jeglicher Verpflichtung gegenüber den Götzendienern, denen ihr etwas versprochen habt. So zieht den vier Monate lang im Lande umher und wisset, dass ihr Allahs Plan nicht zu Schanden machen könnt und dass Allah die Ungläubigen demütigen wird. Und eine Ankündigung von Allah und seinem Gesandten an die Menschen am Tage der großen Pilgerfahrt, dass Allah los und ledig ist der Götzendiener und ebenso sein Gesandter. Bereut ihr also, so wird das besser für euch sein, kehrt ihr euch jedoch ab, dann wisset, dass ihr Allahs Plan nicht zu Schanden machen könnt. Und verheiße schmerzliche Strafe denen, die ungläubig sind. Mit Ausnahme jener Götzendiener, mit denen ihr einen Vertrag eingegangen seid und die es euch nicht an etwas haben gebrechen lassen und nicht andere wieder euch unterstützt haben. Diesen gegenüber haltet den Vertrag bis zum Ablauf der Frist. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten. Und wenn die verbotenen Monate verflossen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen auf in jedem Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei. Wahrlich, Allah ist allverzeihend, barmherzig. Und wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Wort vernehmen kann. Hierauf lasse ihn die Städte seiner Sicherheit erreichen. Dies, weil sie ein unwissendes Volk sind. Wie kann es einen Vertrag geben zwischen den Götzendienern und Allah und seinem Gesandten, die allein ausgenommen, mit denen ihr bei der Heiligen Moschee ein Bündnis einginget? Solange diese euch treu bleiben, haltet ihnen die Treue. Wahrlich, Allah liebt die Redlichen. Wie? Würden sie doch, wenn sie über euch obsiegten, weder ein Verwandtschaftsband noch einen Vertrag gegen euch achten. Sie würden euch mit dem Munde gefällig sein, indes ihre Herzen sich weigerten, und die meisten von ihnen sind tückisch. Sie verkaufen Allahs Zeichen um einen armseligen Preis und machen abwendig von seinem Weg. Übel ist wahrlich, was sie tun. Sie achten kein Verwandtschaftsband und keinen Vertrag dem Gegenüber, der ihnen traut, und sie, für wahr, sind die Übertreter. Bereuen sie aber und verrichten sie das Gebet und zahlen die Zakat, so sind sie eure Brüder im Glauben, und wir machen die Zeichen klar für ein wissendes Volk. Wenn sie aber nach ihrem Vertrag ihre Eide brechen und euren Glauben angreifen, dann bekämpft die Führer des Unglaubens, sie halten ja keine Eide, auf das sie ablassen. Wollt ihr nicht kämpfen, wieder ein Volk, das seine Eide gebrochen hat und das den Gesandten zu vertreiben plante, und sie waren es, die zuerst den Streit wieder euch begannen. Fürchtet ihr sie etwa? Allah ist würdiger, dass ihr ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid. Bekämpfet sie! Allah wird sie strafen durch eure Hand und sie demütigen und euch verhelfen, wieder sie und Heilung bringen den Herzen eines gläubigen Volkes. Und er wird den Zorn aus ihren Herzen bannen. Denn Allah kehrt sich gnädig dem zu, den er will, und Allah ist allwissend, allweise. Wähnt ihr etwa, ihr würdet verlassen sein, während Allah noch nicht jene von euch bezeichnet hat, die in seiner Sache streiten und sich keinen zum vertrauten Freund nehmen, außer Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen. Und Allah ist recht wohl dessen kundig, was ihr tut. Den Götzen dienen steht es nicht zu, die Moscheen Allah zu erhalten, solange sie gegen sich selbst zeugen durch den Unglauben. Sie sind es, deren Werke umsonst sein sollen und im Feuer müssen sie bleiben. Der allein vermag die Moscheen Allah zu erhalten, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag und das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt und keinen fürchtet denn Allah. Diese also mögen unter denen sein, welche den rechten Weg finden. Wollt ihr etwa die Tränkung der Pilger und die Erhaltung der Heiligen Moschee, den Werken, dessen Gleichsetzen, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt und in Allas Pfad streitet. Vor Allah sind sie nicht gleich und Allah weist nicht dem sündigen Volk den Weg. Die, welche glauben und auswandern und mit ihrem Gut und ihrem Blut kämpfen für Allas Sache, die nehmen den höchsten Rang ein bei Allah und sie sind es, die Erfolg haben. Ihr Herr verheißt ihnen Barmherzigkeit und sein Wohlgefallen und Gärten, worin ewige Wonne ihr sein wird. Dort werden sie ewig und immerdar weilen. Wahrlich, bei Allah ist großer Lohn. O, die ihr glaubt, nehmt nicht eure Väter und eure Brüder zu Freunden, wenn sie den Unglauben dem Glauben vorziehen und die von euch sie zu Freunden nehmen, das sind die Ungerechten. Sprich, wenn eure Väter und eure Söhne und eure Brüder und eure Frauen und eure Verwandten und das Vermögen, das ihr euch erworben und der Handel dessen Niedergang ihr fürchtet und die Wohnstätten, die ihr liebt, euch teurer sind als Allah und sein Gesandter und das Streiten für seine Sache, dann wartet, bis Allah mit seinem Urteil kommt. Und Allah weist dem ungehorsamen Volk nicht den Weg. Wahrlich, Allah half euch schon auf so manchem Schlachtfeld und am Tage von Hunen, als eure große Zahl euch stolz machte. Allein sie frommte euch nichts und die Erde in ihrer Weite wurde euch eng. Da wandtet ihr euch zur Flucht. Dann senkte Allah seinen Frieden auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen und sandte Herrscharen hernieder, die ihr nicht sahet, und strafte jene, die ungläubig waren. Das ist der Lohn der Ungläubigen. Doch hernach kehrt sich Allah gnädig dem zu, dem er gewogen, und Allah ist allverzeihend barmherzig. O, die ihr glaubt! Wahrlich, die Götzendiener sind unrein, drum sollen sie nach diesem ihrem Jahr sich der heiligen Moschee nicht nähern. Und falls ihr Armut befürchtet, so wird euch Allah gewiss aus seiner Fülle reich machen, wenn er will. Wahrlich, Allah ist allwissend, allweise. Kämpfet wieder diejenigen aus dem Volk der Schrift, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die nicht als unerlaubt erachten, was Allah und sein Gesandter als unerlaubt erklärt haben und die nicht dem wahren Bekenntnis folgen, bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten und ihre Unterwerfung anerkennen. Die Juden sagen, Esra sei Allahs Sohn und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen die Rede derer nach, die vor dem ungläubig waren. Allahs Fluch über sie. Wie sind sie irregeleitet? Sie haben sich ihre Schrift gelehrten und Mönche zu Herrn genommen, neben Allah und den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen geboten, allein den einigen Gott anzubeten. Es ist kein Gott außer ihm. Allzu heilig ist er für das, was sie ihm zur Seite stellen. Sie möchten gern Allahs Licht auslöschen mit ihrem Munde. Jedoch Allah will nichts anderes als sein Licht vollkommen machen. Mag es den Ungläubigen auch zuwider sein. Er ist es, der seinen Gesandten geschickt hat mit der Führung und dem wahren Glauben, auf das er ihn obsiegen lasse über alle anderen Glaubenbekenntnisse, mag es den Götzendienern auch zuwider sein. O, die ihr glaubt! Wahrlich, viele der Schriftgelehrten und Mönche verzehren das Gut der Menschen durch Falsches und machen abwendig von Allas Weg. Und jene, die Gold und Silber anhäufen und es nicht aufwenden auf Allas Weg, ihnen verheiße schmerzliche Strafe. An dem Tage, wo es erhitzt wird, im Feuer der Hölle und ihre Stirnen und ihre Seiten und ihre Rücken damit gebranntmarkt werden, dies ist, was ihr angehäuft habt für euch selber. Kostet nun, was ihr anzuhäufen pflegtet. Siehe, die Anzahl der Monate bei Allah ist zwölf Monate nach dem Gesetz dallas seit dem Tage, da er die Himmel und die Erde erschuf. Von diesen sind wir heilig. Das ist der beständige Glaube. Drum versündigt euch nicht in ihnen und bekämpft die Götzendiener insgesamt, wie sie euch bekämpfen insgesamt und wisset, dass Allah mit den Gottesfürchtigen ist. Das Verschieben eines heiligen Monats ist nur eine Mehrung des Unglaubens. Die Ungläubigen werden dadurch irregeführt. Sie erlauben es im einen Jahr und verbieten es in einem anderen Jahr, damit sie in der Anzahl der Monate, die Allah heilig gemacht hat, übereinstimmen und so erlaubt machen, was Allah verwehrt hat. Das Böse ihrer Taten wird ihnen schön gemacht, doch Allah weist dem Ungläubigen Volk nicht den Weg. O, die ihr glaubt, was ist mit euch, dass ihr euch schwer zur Erde sinken lasset, wenn euch gesagt wird, zieht aus auf Allas Weg. Würdet ihr euch denn mit dem Leben hinieden, statt mit jenem des Jenseits zufrieden geben? Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gar klein, verglichen mit dem Künftigen. Wenn ihr nicht auszieht, wird er euch strafen mit schmerzlicher Strafe und wird an eurer Stelle ein anderes Volk erwählen, und ihr werdet ihm gewiss keinen Schaden tun. Und Allah hat Macht über alle Dinge. Wenn ihr ihm nicht helft, so wisset, dass Allah ihm auch damals half, als die Ungläubigen ihn zu entweichen, zwangen Selbanda, wie sie da beide in der Höhle waren, und er sprach zu seinem Begleiter, Trauere nicht, denn Allah ist mit uns. Da senkte Allah seinen Frieden auf ihn und stärkte ihn mit Herrscharen, die ihr nicht saht, und erniedrigte das Wort der Ungläubigen, und es ist Allahs Wort allein das Höchste. Und Allah ist allmächtig, allweise. Ziehet aus, leicht und schwer, und streitet mit eurem Gut und eurem Blut für Allahs Sache. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Hätte es sich um einen nahen Gewinn und um eine kurze Reise gehandelt, sie wären ihr gewiss gefolgt, doch die schwere Reise schien ihnen zu lang. Und doch werden sie bei Allah schwören. Hätten wir es vermocht, wir wären sicherlich mit euch ausgezogen. Sie verderben ihre Seelen und Allah weiß, dass sie Lügner sind. Allah nehme deine Sorgen von dir. Warum erlaubtest du ihnen, zurückzubleiben, bis die, welche die Wahrheit sprachen, dir bekannt wurden und du die Lügner erkanntest? Die an Allah und an den jüngsten Tag glauben, bitten dich nicht um Erlaubnis, nicht zu streiten mit ihrem Gut und ihrem Blut, und Allah kennt recht wohl die Gottesfürchtigen. Nur die werden dich um Erlaubnis bitten, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und deren Herzen voll des Zweifels sind, und in ihrem Zweifel schwanken sie. Wären sie aber zum Ausmarsch entschlossen gewesen, sie hätten doch gewiss für ihn gerüstet. Doch Allah war ihrem Ausziehen abgeneigt, so hielt er sie zurück, und es ward gesagt, sitzet daheim mit den Sitzenden. Wären sie mit euch ausgezogen, sie hätten nur eure Sorgen gemäht, und wären hin und her gelaufen in eurer Mitte, Zwietracht unter euch erregend. Und unter euch sind manche, die auf sie gehört hätten, aber Allah kennt die Fräbler wohl. Schon vorher trachteten sie nach Unordnung und schmiedeten Ränke wieder dich, bis die Wahrheit kam und die Absicht Allahs obsiegte, wiewohl es ihnen zuwider war. Unter ihnen ist so mancher, der spricht, erlaube mir, zurückzubleiben und stelle mich nicht auf die Probe. Höret, ihre Probe hat sie ja schon ereilt, und für wahr die Hölle wird die Ungläubigen einschließen. Triff dich ein Heil, so betrübt es sie, doch wenn dich ein Unheil trifft, sagen sie, wir hatten uns ja schon vorhergesichert, und sie wenden sich ab und freuen sich. Sprich, nichts kann uns treffen als das, was Allah uns bestimmt hat, er ist unser Beschützer, und auf Allah sollten die Gläubigen vertrauen. Sprich, ihr erwartet für uns nur eines der beiden guten Dinge, während wir, was euch betrifft, erwarten, dass Allah euch mit einer Strafe treffen wird, entweder durch ihn selbst oder durch unsere Hand. Wartet denn, wir warten mit euch. Sprich, spendet nur, willig oder unwillig, es wird von euch doch nicht angenommen, denn wahrlich, ihr seid ein ungehorsames Volk. Nichts anderes verhindert die Annahme ihrer Spenden, als dass sie nicht an Allah und an seinen Gesandten glauben und nur mit Trägheit zum Gebet kommen und ihre Spenden nur widerwillig geben. Wundere dich weder über ihr Gut noch über ihre Kinder. Allah will sie damit nur strafen im irdischen Leben und ihre Seelen sollen abscheiden, während sie Ungläubige sind. Und sie schwören bei Allah, dass sie wahrhaftig zu euch gehören. Doch sie gehören nicht zu euch, sondern sie sind ein Volk von Furchtsamen. Könnten sie nur einen Zufluchtsort finden, oder Höhlen oder ein Schlupfloch, sie würden sich gewiss in wilder Hass dorthin wenden. Unter ihnen sind jene, die dir wegen der Almosen Vorwürfe machen. Erhalten sie davon, so sind sie zufrieden. Erhalten sie aber nicht davon, siehe, dann sind sie verdrossen. Wären sie mit dem zufrieden gewesen, was Allah und sein Gesandter ihnen gegeben, und hätten sie nur gesagt, unsere Genüge ist Allah. Allah wird uns geben aus seiner Fülle und ebenso sein Gesandter. Zu Allah kehren wir uns als Bittende. Almosen sind nur für die Armen und Bedürftigen und für die mit ihrer Verwaltung Beauftragten und für die deren Herzen versöhnt werden sollen, für die Befreiung von Sklaven und für die Schuldner, für die Sache Allahs und für den Wanderer, eine Vorschrift von Allah. Und Allah ist allwissend, allweise. Und unter ihnen sind jene, die den Propheten kränken und sagen, Er ist ein Ohr, sprich, ein Ohr euch zum Guten. Er glaubt an Allah und glaubt den Gläubigen und ist eine Barmherzigkeit denen unter euch, die gläubig sind. Und die den Gesandten Allahs kränken, denen wird schmerzliche Strafe. Sie schwören euch bei Allah, um euch zu gefallen. Jedoch Allah und sein Gesandter sind würdiger, so dass sie ihm gefallen sollten, wenn sie Gläubige sind. Wissen sie denn nicht, dass für den, der Allah trotz und seinem Gesandten das Feuer der Hölle ist, darin er bleiben muss? Das ist die tiefste Demütigung. Die Heuchler fürchten, es könnte gegen sie eine Sura herabgesandt werden, die ihnen ankündet, was in ihren Herzen ist. Sprich, spottet nur, Allah wird es alles ans Licht bringen, wovor ihr euch fürchtet. Und wenn du sie fragst, so werden sie ganz gewiss sagen, wir plauderten nur und schätzten. Sprich, galt euer Spott etwa Allah und seinen Zeichen und seinem Gesandten? Versucht euch nicht zu entschuldigen, ihr seid ungläubig geworden, nachdem ihr geglaubt. Wenn wir einem Teile von euch vergeben und den anderen strafen, dann darum, weil sie schuldig waren. Die Heuchler und die Heuchlerinnen, sie halten zusammen. Sie gebieten das Böse und verbieten das Gute und ihre Hände bleiben geschlossen. Sie haben Allah vergessen, so hat er sie vergessen. Wahrlich, die Heuchler, das sind die Ungehorsamen. Allah hat den Heuchlern und Heuchlerinnen und den Ungläubigen das Feuer der Hölle verheißen, darin sie bleiben müssen. Das wird genug für sie sein. Allah hat sie verflucht und ihnen wird eine dauernde Strafe. Wie jenen, die vor euch waren. Sie waren mächtiger als ihr an Kraft und reicher an Gut und Kindern. Sie erfreuten sich ihres loses. Auch ihr habt euch eures loses erfreut, gerade so wie jene vor euch sich ihres loses erfreuten. Und ihr ergötztet euch an müssiger Rede, wie jene sich an müssiger Rede ergötzten. Ihre Werke sollen ihnen nichts fruchten, weder in dieser Welt noch in der künftigen, und sie sind die Verlorenen. Hat sie nicht die Kunde erreicht von denen, die vor ihnen waren, vom Volke Noachs und Aads und Tamids und vom Volke Abrahams und den Bewohnen Midians und der umgestürzten Städte, ihre Gesandten kamen zu ihnen mit deutlichen Zeichen. Allah also wollte ihnen kein Unrecht tun, doch sie taten sich selber Unrecht. Die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen sind einer des anderen Freund. Sie gebieten das Gute und verbieten das Böse, und verrichten das Gebet und zahlen die Zakat und gehorchen Allah und seinem Gesandten. Sie sind es, deren Allah sich erbarmen wird. Wahrlich, Allah ist allmächtig, allweise. Allah hat den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen Gärten verheißen, die von Strömen durchflossen werden. Immer da, darin zu weilen und herrliche Wohnstätten in den Gärten der Ewigkeit. Allas Wohlgefallen aber ist das Größte, das ist die höchste Glückseligkeit. O Prophet, streite gegen die Ungläubigen und die Heuchler und sei streng mit ihnen. Ihr Aufenthalt ist die Hölle und schlimm ist die Bestimmung. Sie schwören bei Allah, dass sie nichts gesagt haben, doch sie führten unzweifelhaft lästerliche Rede und fielen in Unglauben zurück, nachdem sie den Islam angenommen hatten. Sie sannen auf das, was sie nicht erreichen konnten, und sie näherten nur darum Hass, weil Allah und sein Gesandter sie reich gemacht hatten, aus seiner Huld. Wenn sie nun bereuen, so wird es besser für sie sein, wenden sie sich jedoch ab, so wird Allah sie strafen mit schmerzlicher Strafe in dieser Welt und im Jenseits, und sie sollen auf Erden weder Freund noch Helfer finden. Unter ihnen sind so manche, die Allah versprachen. Wenn er uns aus seiner Fülle gibt, dann wollen wir bestimmt Almosen geben, und dann wollen wir Rechtschaffen sein. Doch als er ihnen dann aus seiner Fülle gab, da wurden sie damit geizig und wandten sich weg in Abneigung. So vergalt er ihnen mit Heuchelei in ihren Herzen bis zum Tage, an dem sie ihm begegnen werden, weil sie Allah nicht gehalten, was sie ihm versprochen hatten und weil sie logen. Wussten sie denn nicht, dass Allah ihre Geheimnisse kennt und ihre vertraulichen Beratungen und dass Allah der beste Kerner der Verborgenen ist. Die da jene Gläubigen schelten, die freiwillig Almosen geben, wie auch jene, die nicht zu geben finden als den Ertrag ihrer Arbeit und sie deswegen verhöhnen. Allah wird ihnen ihren Hohn vergelten und ihnen wird schmerzliche Strafe. Bitte für sie um Verzeihung oder bitte nicht um Verzeihung für sie. Ob du auch siebzig Mal für sie um Verzeihung bittest, Allah wird ihnen niemals verzeihen. Dies, weil sie nicht an Allah und an seinen Gesandten glaubten. Und Allah weist dem treulosen Volk nicht den Weg. Jene, die zurückgelassen worden waren, freuten sich ihres Daheimsitzens hinter dem Rücken des Gesandten und waren nicht geneigt, mit ihrem Gut und ihrem Blut für Allahs Sache zu streiten. Sie sprachen, zieht doch nicht aus in der Hitze, sprich, das Feuer der Hölle ist stärker an Hitze. Wollten sie es doch verstehen. Sie sollten wenig lachen und viel weinen über das, was sie sich erwarben. Und wenn Allah dich heimkehren lässt zu einer Anzahl von ihnen und sie bitten um Erlaubnis auszuziehen, dann sprich, nie soll ihr mit mir ausziehen und nie einen Feind bekämpfen an meiner Seite. Es gefiel euch, daheim zu sitzen das erste Mal, so sitzet nun mit denen, die zurückbleiben. Und bete nie für einen von ihnen. Der stirbt, noch stehe an seinem Grabe. Sie glaubten nicht an Allah und seinen Gesandten und sie sterben im Ungehorsam. Wundere dich weder über ihr Gut noch über ihre Kinder. Allah will sie damit nur strafen in dieser Welt und ihre Seelen sollen abscheiden, während sie Ungläubige sind. Und wenn eine Sura hinabgesandt wird, glaubet an Allah und Streiter an der Seite seines Gesandten. Dann bitten dich die Reichen unter ihnen um Erlaubnis und sagen, lass uns mit denen sein, die daheim sitzen. Sie sind es zufrieden, mit dem zurückbleibenden Stämmen zu sein, und ihre Herzen sind versiegelt, sodass sie nicht begreifen. Jedoch der Gesandte und die Gläubigen mit ihm, die mit ihrem Gut und ihrem Blut streiten, sie sind es, denen Gutes zuteil werden soll, und sie sind es, die Erfolg haben werden. Allah hat Gärten für sie bereitet, durch welche Ströme fließen, darin sollen sie ewig weilen, das ist die höchste Glückseligkeit. Und es kamen solche wüsten Araber, die Ausflüchte machten, dass sie ausgenommen würden, und jene, die falsch waren gegen Allah und seinen Gesandten, blieben daheim. Wahrlich eine schmerzliche Strafe wird die unter ihnen reilen, die ungläubig sind. Kein Tadel trifft die Schwachen und die Kranken und die jenigen, die nicht zum Ausgeben finden, wenn sie nur gegen Allah und seinen Gesandten aufrichtig sind. Kein Vorwurf trifft jene, die Gutes tun, und Allah ist allverzeihend barmherzig. Noch jene, die zu dir kamen, dass du sie beritten machen möchtest und zu denen du sprachest. Ich kann nichts finden, womit ich euch beritten machen könnte. Da kehrten sie um, während ihre Augen von Tränen überflossen aus Kummer darüber, dass sie nichts fanden, was sie hätten ausgeben können. Vorwurf trifft nur jene, die dich um Erlaubnis bitten, wie wohl sie reich sind. Sie sind es zufrieden, mit den zurückbleibenden Stämmen zu sein. Allah hat ein Siegel auf ihre Herzen gelegt, sodass sie nicht wissen. ... ... ... ... ...